Willi, pass auf, lass uns einmal in die Zeitlupe reinschauen. Slow motion. Look at this. Willi, du machst das mit dem Muskel, ne? Mit der Muskelatur. Alles angespannt, ja. Wie das ist mit dem Muskel? Gerard sagt gerade, wir sollten wirklich noch mal nachsehen, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ich glaube, das ist notariell beaufsichtigt. Dieser Hintern ist, ja, mach, fass ruhig an. Ist alles echt. Willi Brozmann, herzlichen Glückwunsch. Willi, wollen wir einmal versuchen? 2, 1, komm. Do you want me to try and stay on one of these? Ja, komm. Eine für dich, eine für mich. No, I'm not, I'm not doing it. Nein, das kann ich nicht. Komm, eine. Du bist ein Riesensportler. No, you go for it, you do it. Okay, ich mach's zuerst, okay. Aber du machst nach, ja? If you do it, I'll try it. Okay. Wenn du's machst, mach ich's auch. Oh! Das tut weh. Okay, I'm going to do the same thing. Okay, das mach ich jetzt auch. Tut nicht weh, ist nicht schlimm. Voll daneben. Gerard Wattler, meine Damen und Herren. Willi, vielen Dank. Nothing. Go down, man. Willi, wir sehen uns in der Lounge. Und jetzt geht's los. Oh, dear. Du weißt, was jetzt kommt. Stimmt das wirklich, die Geschichte? Hast du wirklich, dir mal Eiswürfel? So, Konzentration in die Hose. Okay. Okay. I think I need a drink of water as well. Ja. Hast du das wirklich mal gemacht? Eiswürfel in die Hose? Gerard, wir machen das hier. Did you do this? I did it in a movie when I was wearing a wetsuit and a costume on top. And it was 110 degrees. And we were dying. So we started putting ice down her. Als ich noch einen Anzug tragen musste und ganz viel Kleidung. Und mir war so warm. Und dann habe ich Eiswürfel in meiner Hose. Es ist auch hier wahnsinnig heiß. Gerard, wir haben auch leider keinen Anzug, aber wir haben Eis. Gerard, möchtest du dich hinsetzen? Wie machen wir das jetzt mit dem Eis? Wer macht das genau rein? Markus, komm. Sit. You can sit. Gerard. Komm. You sit down. Don't listen to him. Was ist das jetzt, diese ganze Geschichte? So, jetzt pass auf. Gerard. Zwei Eiswürfel, Gerard. Zwei. Zwei. Take two. What are they saying? They are crying for Cindy. Er macht es, er macht es, zwei Stück. Oh my god. I don't know how this is going to fit down here. Stefan. Oh, das ist. Das ist ja. Oh, das ist ja. In Lautschrift. Das ist in German. Ja. What? Are you doing it? Oh my god. Oh my god. Oh. Okay. Es ist cool. Es ist geil. Und hier ist der Text. Bitte schön. Bitte schön. Wer reitet so spät durchscht Nacht und Wind like who writes, you know, you want me to say this as well? No, 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 let's see what it's like, okay, es ist der Vater mit seinem Kind Okay, ja, sehr gut Er hat den Knavenwoll in dem Arm Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm Okay, das war's, das war's, super, Gerald Butler, meine Damen und Herren Great fun